Schnell und sicher zur glatten Wand. Mit der Systemmarke Modulan gelangen Heimwerker und Profis in wenigen Schritten zum perfekten Ergebnis. Die alte Wand kann ganz unterschiedliche Herausforderungen bieten. Mit Modulan Reparaturspachtel sind sie bestens gerüstet, um Löcher und Risse sicher zu verschließen. Bohrlöcher, kleinere und größere Risse, alte Fliesen, Fehlstellen im Putz. Hier muss ein Spezialist ran. Für alle Produkte gilt, entfernen Sie lose Materialien wie Tapeten, Fett oder Wachs gründlich. Glatte Flächen sollten am besten aufgeraut werden. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Beton müssen vorher grundiert werden. Abhängig vom Untergrund und der Größe der auszubessernden Stelle kommen unterschiedliche Spezialprodukte zur Anwendung. Für kleinere Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich wird der Reparaturspachtel 350 eingesetzt. Er ist gebrauchsfertig, schadstoffarm und sehr ergiebig. Nach der schnellen Trocknung kann er geschliffen oder überstrichen werden, je nach Projekt. Verbindungsstellen zwischen unterschiedlichen Materialien können mit Modulan elastischer Fugenfüller 103 bearbeitet werden. Einfach die gebrauchsfertige Masse in die Vertiefung drücken. Anschließend kann das Material im feuchten Zustand strukturiert und im Untergrund angepasst werden. Um tiefe Risse und große Löcher in Putz, Beton und Mauer wegzufüllen, sollten Sie auf den Modulan Tiefenfüller 104 setzen. Er wird mit einer Kelle fest in die schadhafte Stelle eingedrückt. Der graue Fertigspachtel haftet hervorragend und ist gut füllt. Die Verarbeitungszeit beträgt etwa 20 Minuten. Darüber hinaus bietet die Systemmarke Modulan weitere Produkte für spezielle Anwendungen.